Dieser Mercedes-Benz C180 ist hier zum Verkauf angeboten. Die beige Limousine ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 79.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2008. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 156 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017